Tony Garn und Alex Pettifer gaben vor kurzem ihre Trennung bekannt. Seit längerem wurde bereits gemunkelt, dass sich das Paar getrennt haben soll. So beobachteten Instagram-User, dass viele gemeinsame Couple-Fotos von den Accounts gelöscht wurden. Tony Garn und Alex Pettifer äußerten sich bisher nicht zu den Trennungsgründen. Nun werden jedoch Stimmen laut, die behaupten, Alex Pettifer soll seine Frau bei Dreharbeiten betrogen haben. Alex postete in seiner Instagram-Story einen Tag nach den Trennungs-News ein Foto seines Co-Stars Aza González. Diesen Repost versah der Schauspieler mit einem Herz-Emoji. Doch damit nicht genug. Auf Aza's Account kommentierte Alex eben jenes Foto mit folgenden Worten. Der Inbegriff von schickem Filmstar Aza González – bis zum nächsten Mal. Wer auch immer der Fotograf war, diese Fotos sind wunderschön. Aza González und Alex Pettifer standen zuletzt für den Film The Ministry of Ungentlemanly Warfare vor der Kamera. Ob an den Gerüchten tatsächlich etwas dran ist, wissen bislang nur die Beteiligten selbst. Ron's Increase Und den Gerüchten